Biologische Pflanzenschutzmittel ergänzen chemische Produkte wirkungsvoll. Sie enthalten natürliche Organismen oder Pflanzenextrakte, die die Pflanzen vor Schädlingen schützen. Der Herstellungsprozess für ein biologisches Pflanzenschutzmittel beginnt in der BASF-Stammsammlung in Limburger Hof. Dort lagern tausende Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien bei minus 80 Grad. Im ersten Schritt wird zum Beispiel eine kleine Probe mit Stäbchenbakterien, die später die Pflanzen vor Pilzkrankheiten schützen sollen, in eine Petrischale mit einem Nährboden gegeben. Nach einem bis zwei Tagen haben sich die Organismen vermehrt und kommen in einen kleinen Glaskolben mit einer Nährlösung, in dem ihre Zahl weiter zunimmt. Danach folgt eine Reihe immer größerer Fermenter. In diesen Tanks vermehren sich die Mikroorganismen in einem Nährmedium, das Kohlenstoff und Stickstoffquellen wie zum Beispiel Hefe, Extrakt und Zucker sowie Vitamine und Spurenelemente enthält. Rührer sorgen für eine gleichmäßige Verteilung. Zudem wird Sauerstoff in die Tanks geblasen. Im letzten Fermenter, der mehr als 100.000 Liter Fermentationsbrühe fassen kann, vermehren sich die Mikroorganismen so lange, bis alle Nährstoffe aufgebraucht sind. Die Bakterien wandeln sich dann in Sporen um, die lange ohne Nahrung überleben können. Anschließend werden die Mikroorganismen zum Beispiel durch Zentrifugation geerntet und danach getrocknet, sodass man sie gut lagern kann. Ganz am Ende erfolgt die Formulierung. Die Mikroorganismen werden je nach Produkt und Anwendung mit Konservierungsmitteln, Nährstoffen, Dispergierhilfsmitteln, Netzmitteln oder Füllstoffen vermischt, bevor BASF das biologische Pflanzenschutzmittel verpacken und ausliefern kann. Das verbessert ihre Lagerfähigkeit. Außerdem lässt sich das Produkt dadurch einfacher mit Wasser vermischen und versprühen. Jetzt ist es soweit. Der Landwirt kann das biologische Pflanzenschutzmittel in Wasser einrühren und auf dem Feld einsetzen, allein oder auch in Programmen mit chemischen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen. Dort tragen die Mikroorganismen zur Bekämpfung von Schädlingen bei. Zuverlässig und auf biologische Weise.